Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Ich müsste jetzt diese dämliche A5-Einheit beschützen und ich bin eben gerade... Ja, leck mich doch an den Füßen, Alter. Mir war ein Bugler-Container, weil hier liegen ja zwei. Das war echt dämlich von mir. Okay, machen wir die Macht hier. Wo ist die Heilung? Da. Und wir haben neue Machtkräfte bekommen. Das ist gleich mal im Gucken, was wir da Neues bekommen haben. Schauen wir mal rein. Ups, das ist falsch. Da wollte ich reinschauen. Macht. Okay. Das ist Lichtschwertangriff kontinuierlich, bla bla bla. Lichtschwertabwehr, bla bla bla. So, was ist das hier? Machtwürgegriff, okay. Wir haben den Machtwürgegriff bekommen. Das ist natürlich extrem cool. Ach, das ist ja lächerlich. Gut, okay. Äh, la la la, macht Schub, wollte ich haben, genau. Irgendwo hier. Oder das dort in den Terminal. Hm, komisch. Na, ist egal. Schauen wir mal nach, was da los ist. Okay. Ach, da muss ich diese dusselige Einheit für haben, ne? Äh, okay, wo ist denn der Aufzugsknopf? Es muss dir doch irgendwo einen Knopf für den blöden Aufzug geben. Na, nur. Mit der Macht? Ne, nicht mit der Macht. Da muss es da oben drin sein. Weil die A5 Einheit muss die Tür aufmachen. Ah, alles klar. Ich hoffe, das geht gut. Shit, ey. Ich muss erst mal die A5 einheitlich retten. Scheiße, ich bin fast tot. Okay, das ist natürlich jetzt blöde. Äh, ja. Oh, das ist echt hart. Also muss ich die Gegner runterholen und diese Sch- Oh Gott. Ja, okay, dann mach ich das Ganze nochmal. Aha. Das ist die Waffe, die ich brauche. Okay, äh, Machtheilung. Die habe ich nämlich eben nicht aufgesammelt. Denn ich glaube, mit der zweiten Funktion dieser Waffe kann ich sehr, sehr schnell diese Minen aus dem Weg räumen. Ich habe die Schildfax vergessen, die brauche ich gleich noch. So, mach die Tür auf. Okay, die Einheit ist noch heil. Ich... Quick Save. Oh je, da ist irgendwo noch ein Sniper. Da. Ist die eine noch intakt? Oder habe ich sie gerade zerstört? Scheiße, sag bitte nicht. Ich habe die... Oder ist das Missionsziel erfüllt? Das Missionsziel scheint nicht erfüllt zu sein. Ach, verdampft. Ah, ich glaube es nicht. Okay, ähm, doof. Muss ein Bug sein. Normalerweise müsste ich jetzt stehen, bis hier um gescheitert, weil die Einheit zerstört worden ist. Augenblick, ich hiel mich nochmal ganz kurz und dann mache ich mal irgendwas gucken. Wobei es heißt, nicht mehr fünf Einheit beschützen. Also werde ich es wahrscheinlich geschafft haben. Dahinter ist, denke ich, ein Secret gewesen. Ein versteckter Raum. Egal, machen wir weiter. Okay. Sobald ich voll aufgeheilt bin. Wie sind wir los? Bestimmt, gab es da eine Schildaufladestation oder so eine Scheiße. Äh, Schub. Idiot. Idioten. Idiot. Ist hier noch mehr von der Sorte? Nein. Alles klar. Ja gut, dann ist es halt so. Höh. Ist mir egal. Glaubst du hier noch irgendwas? Was ist das? Schildladung klein. Oh, okay, danke. Die nehme ich sehr gerne an mich. Sonst habe ich hier auch nichts mehr zu holen, ne? Okay. Na, kommst du mir, die Idioten. Ach, scheiß der Mali-Tonator-Heinis. So, habe ich dich erwischt. Ach so, zack, erledigt. Ich glaube, ich habe keinen Schaden dabei genommen. Das ist gut. Sehr gut. Die ist jetzt, glaube ich, auch sonst keiner mehr. Sehr erfreulich. Jetzt haben wir da eine kleine Tür und da eine große Tür. Gehen wir erstmal in die kleine. Den habe ich erwischt. Der ist auch erledigt. Okay. Gab es hier irgendwas zum Öffnen oder sowas? Oder warum ist dieser Raum hier? Einfach nur so aus Spaß, wie es scheint. Na gut. So, dann geht es jetzt hier vorne rein. Was? Oh, ach da. Ach komm, schulde Pussy. Was willst du von mir, du Pussy? Erwischt. Darf ich jetzt durch diese Tür durch? Na, warte. Nicht schießen. Wir sind auf derselben Seite. Ah, okay, alles da. Gut. Sie müssen Katarn sein. Lando hat uns zu ihrer Unterstützung geschickt. Teile von uns versuchen, diesen Sektor der Stadt zurückzuerobern. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Der Ort wimmelt nur so von Relo's Banditen. Unsere Leute werden ihnen helfen, wo sie nur können. Viel Glück. Na, das ist auch sehr nett von dir. Danke. Warum schieße ich den ja nicht einfach? Huch, sorry. Wo ist denn der mit seiner... Wo ist denn der mit den Detonatoren? Ich seh den gar nicht. Ah, hallo. So, was ist hier rum? Metallbolzen. Ach so, verständlich für das Schnellfeuergewehr. Was ist das? Oh, scheiße. ich bin wieder da es geht weiter mit dem wachmann ich bin wieder hier alle zu zerstören die jungs so schauen wir mal na komm ok so ok vielleicht aber er die geschwindigkeit brauchen ich war jetzt mal ein quicksale kein bock die sind ganz recht noch mal zu machen wir müssen von den teilen heran ja ja ich weiß nicht was ich weiß jetzt schwann dich mal einen moment alter dich ein hinterbliebener weniger schloch ok dann doch mal im prozil danke heilung toll ich habe kein schild mehr das ist auch wieder total für den allerwertesten egal ist halt so da hätten liegen noch metallbolzen rum das kostet mich jetzt gerade ein wenig an wenn ich mal ganz offen bin nehmen wir die mal mit heilen noch einmal dass ich wieder volle links energie habe okay wie kommt er jetzt am besten ran mhm ok 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 Ich zeige euch, was du hast da drauf war Okay, der ist erledigt. Jetzt ist da hinten noch ein Sniper. Ich heil mich mal eben kurz. Ein hinterbliebener weniger. Okay, da oben ist auch noch einer. Moment, wo ist das Scharfschützengewehr? Schon wieder einer von der Sorte eng damit. Auch noch so einer? Nein, das sah nur so aus. Okay. Ah, komm schon! Ja, toll. Helden der Arbeit, ey. Na gut, dann heile ich mich jetzt halt noch einmal hoch. So. Jetzt suchen wir mal, ob da noch... So, was ist das? Ach, das sind Metallbolzen für das Gewehr. Mehr Munition. Ich würde eigentlich lieber gerne, ähm, mal ein Schild-Pack oder sowas... Was ist denn das hier? Oh, sehr gut. Super, ich bin begeistert. Na komm, neben dem Wackle-Complainer. Ach, herrlich. Machen wir gleich ein Save davon. Feuer frei! Na komm, der zerschießt dir doch einfach, hör uns. Geht doch. Ich bleibe hier und versuche, ihn den Rücken freizuhalten. Ach, ja. Ich muss doch wieder alles alleine machen, war klar. So, welche Machtkraft habe ich gerade aktuiert? Geschwindigkeit? Da, da, kann die Skoccia! Feuer frei! Okay, weh. Ach, Jungs, ihr seht so erwärmlich. Okay, wir müssen auf der anderen Seite gucken. Ob es da noch was Interessantes zu holen gibt. Und wenn nicht, dann ist an der Stelle dann mal Schluss und es geht dann im nächsten Part weiter. Nein, hier gibt es nur ein Bugle-Container und Zeug, was ich nicht brauche. Ähm, jo, ich denke mal, ich mache dann an dieser Stelle eine Pause und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Shadow Knight 2. Bis dann!